Einen wunderschönen guten Morgen. Als PDF-Expert im Jahr 2019 aufs Abo-Modell wechselte, da behielten die ehemaligen Einmalzahler alle ihre Funktionen. Alle Neuerungen aber, die konnte man an nur einer Hand abzählen. Es war zumindest ein verwunderlicher Umstieg. Seitdem ist jedoch so ein bisschen was passiert. Das letzte große Update für die Alleskönner-Software für PDF-Dateien, das erschien erst in dieser Woche. Und es stellt unter anderem alle Ups vom iPhone über das iPad bis zum Mac unter ein gemeinsames Account-Dach.